Die Hintergründe des Vorfalls, bei dem ein 23-Jähriger ums Leben gekommen ist, sind Polizeiangaben zufolge vorerst weiter nicht restlos geklärt. Im Spiel sind sogenannte Kugelbomben. Feuerwerkskörper der Kategorie F4 von Pyro-Gegenständen dieser Klasse geht per Definition große Gefahr aus. Vorgesehen ist die Verwendung nur von Personen ab 18 Jahren mit Fachkenntnis. Ob ein entsprechender Nachweis vorgelegen ist, die Feuerwerkskörper also gezündet werden durften, ist weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Baden wird in der Silvesternacht getötet und ein 21-Jähriger schwer verletzt. Die beiden haben sich mit acht weiteren Personen auf einer Wiese getroffen, um zu feiern. Weil eine der verwendeten Kugelbomben nicht sofort zündet, nähern sich vier Menschen dem Feuerwerkskörper. Dieser explodiert schließlich. Verzeichnet werden neben einem Toten und einem Schwerverletzten eine 19-Jährige und ein weiterer Mann mit leichten Blessuren. Alle Verletzten werden in umliegende Spitäler gebracht. Mehrere Augenzeugen werden vom Akutteam und der Krisenintervention betreut.